das ist so crappy aber der andere hat das auch so gemacht guck mal ja mach du mal oh no oh no what the what the what the what the that was weird yeah no i did it that was so close no i suffer i'm still alive i'm still stuck mach auf oh there i go was ist das das ist eine kopfhörer was ist denn hier ich bin hier in einem kabel verfangen geht gut mit der hände ne ja bist du weit ja ist der andere auch noch mit dabei mit der andere ja genau und ne wo denn so jetzt zeig ich dir mal wie das geht okay zeig ich dir mal der shop stresst You something my friend from school well for my old school what the so ich zeig dir wie es geht man warum geht der dritte Sprung nicht mehr wird aber ganz schwindelig im stehen der nervt etwa wenn er hier so ist boah So, ich zeig dir das jetzt. Ah, scheiße, wir werden verschwindet. Wo bin ich? What? So, ich kann das. Mann, ich hab doch eben gerade auch alle drei geschafft. Ich kann das besser entsetzen. Warum bin ich so schief? Mann, oh, ich kann das. Was? Warum bin ich so schief? Gucke ich gerade aus? Ja, du kannst dich doch mit den Kontrollern bewegen. Nach rechts und nach links. Gucke ich zu Fernseher? Ja. Aber mit den Kontrollern kannst du dich auch bewegen. So, gucke, pass auf. Die Hand mache ich hier hin. What? No, ich weiß nicht. Ich hab das eben gerade auch auf die dritte geschaffen. What is this game? What is this game? hey you must be cool cool stop brief stop and brief stop and brief stop and brief and then you jump from wall to wall yes yes you jump from wall to wall you must breathe and cool down cool down yes yes at 4 Oh nein, das war falsch. Hey, warum springt der denn nicht dahin? Nein, oh mein Gott, was hast du gesehen? Der dritte Schatz ist ja schon auf die Platte, ne? Ach so, das ist doch kalt. Ich kann nicht weiter wieder geschubst. Ja, Alter! Ja, Alter! Yeah! 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 Ich will denen helfen mit Doppelsprung. Was heißt das? Press Double Jump! Press Double Jump! Press Double Jump! Press Double Jump! Double Jump! Press Double Jump! Press Double Jump! Yes! Ja! Press Double Jump! Er hat das jetzt rausgeschrabt, er hat das schon mal gemacht. You get this! Double Jump! You get this! Double Jump! Double Jump! Double Jump! Double Jump! Double Jump! Okay. Okay. Was soll hier dran die Schwierigkeiten sein? fett sein. Oh, verrückt sich die Dinger! Slyvie, Slyvie! Ah, das war schwer, weil es da zu klein ist! Siehst du das? Warum bin ich denn immer schief? Man, ich warte nur laufen! Ey, ich werde mich ja hauen! Ich habe ihn über deinen Kopf gefroren! Geschaut? Ja, ja, passt! Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Und was ist hier die Schwierigkeit? Ja, von links zu links sitzen wahrscheinlich da, von links zu dringend. Ah! Ja! Ja! Nein! Wieso denn das? Werd geschubst! Hört auf zu schubsen, ihr Huens! Oh nein, ich habe zu viel gedrückt! Hä? Du warst voll perfekt da drauf gesprungen! Ja, ich habe sie noch nicht dringend. Hört auf euch jetzt noch! Ich habe eswierd! Acht! Ja, ich habe es gesehen! Ein liebber! Ich habe es gesehen! Du bist doch ein liebberig! Aber ich habe es gesehen! Du bist doch nicht zu gutt, sagen wir hier. Ja, wo ist denn du? Du kannst ja dich ja... Oh Mann, was denn? Ich springe da. Ja, du musst du weitergehen. Ja, du musst du weitergehen. Ja! Ja, du hast hier gerne. Ja! 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 Orangelo! O que? O que? O que? Pare de me chutar! O que? O que? O que é simples? O que é simples? O que é simples? Não é simples? ist bugado nein gut der begann du am an die schocken nee Ich mache jetzt einfach ganz schnell. Oh, hier ist Schöpzen! Schöpzen! Schöpzen!